So hat jeder immer in der Saison seine Aufgabe. Wenn jeder die zu 100 Prozent erfüllt, dann ist die Mannschaft erfolgreich. Sobald irgendjemand seine Aufgabe nicht zu 100 Prozent erfüllt, bekommt die Mannschaft Probleme. Was ich sagen kann, ist, dass Krosso in den letzten Wochen ein sehr wichtiger Teil der erfolgreichen Mannschaft war. Insofern, als dass er einfach sehr, sehr zweikampfstark ist, sehr viele Bälle für uns gewinnt. Auch im Spiel mit dem Ball eigentlich ein gutes Gefühl dafür hat, wenn man ein Spiel mal beruhigen muss, wenn man es beschleunigen kann. Und insofern bin ich mit seinen Leistungen in den letzten Wochen sehr zufrieden. Also jeder Spieler möchte spielen. Jeder Spieler, den wir im Kader haben, sollte auch den Anspruch haben zu spielen. Und trotz alledem gibt es eben Situationen im Laufe einer Saison, wo Dinge dann funktionieren, wo vielleicht auch andere Spieler sich durch Leistungen verdienen, in einer Mannschaft zu bleiben. Wo die Tür vielleicht ein bisschen schwerer aufgeht, als wenn Dinge vielleicht auch mal mannschaftlich nicht so gut funktionieren. Das ist klar. Aber diese Rollen verändern sich im Laufe einer Saison auch in der Regel. Und zu jedem Zeitpunkt einer Saison hat jeder Spieler im Kader auch immer eine Aufgabe. Die ist dann vielleicht, von Beginn an Leistung zu bringen. Die ist dann vielleicht auch mal über Trainingsleistungen, über Einsätze, durch Einwechslung Druck aufzubauen, auf die Spieler, die von Beginn an spielen und sich dann darüber eben auch wieder zu empfehlen. Und wenn die Tür dann eben mal weiter aufgeht, weil vielleicht individuelle Leistungen oder mannschaftliche Leistungen mal nicht stimmen, dann eben auch zur Stelle zu sein. Und so hat jeder immer in der Saison seine Aufgabe. Wenn jeder die zu 100 Prozent erfüllt, dann ist die Mannschaft erfolgreich. Sobald irgendjemand seine Aufgabe nicht zu 100 Prozent erfüllt, bekommt die Mannschaft Probleme. Und diese Rollen verschieben sich aber immer wieder. Am Ende möchte jeder auf dem Platz stehen. Trotzdem können das von Beginn an immer nur elf. Und wir müssen dann Woche für Woche da auch schwere Entscheidungen treffen, weil es eben auch viele Spieler gibt, die sich anbieten.